Zu Zeiten von explodierenden Strompreisen und auch dem Photovoltaik-Boom, der aktuell da draußen herrscht, ist es kaum ein Wunder, dass Discounter wie beispielsweise Netto, Lidl, aber auch Aldi jetzt neuerdings Balkonkraftwerke im Angebot haben. Und genau das von Aldi, das haben wir uns jetzt mal angeschaut. Im Set enthalten sind zwei Solarmodule A 175 Watt, ein 600 Watt Wechselrichter der Firma NEP, sowie alle dazugehörigen Anschlusskabel. Zusätzlich ist hier noch eine Balkonbefestigung enthalten. Ja, zwei Module sind mitgeliefert, Solarmodule, die haben jeweils 175 Watt und haben Abmessungen von 1,16 m x 77 m und eine Dicke von 3,5 cm. Etwas irritierend ist hier natürlich, warum mit einem 600 Watt Wechselrichter lediglich 350 Watt Gesamtleistung überhaupt nur mitgeliefert werden. Da passt das irgendwie vom Konzept schon nicht so richtig und das hat sich natürlich im Test auch bewahrheitet. War ja jetzt auch nicht verwunderlich. Der Wechselrichter, das Herzstück der Stromtransformation, um letztendlich aus den Solarzellen das einspeisen zu können ins Netz. In diesem Falle ist der von NEP mitgeliefert von Aldi. Wir haben hier insgesamt zwei Anschlüsse, also für jedes Solarmodul im Prinzip einen. Was etwas irritiert hat allerdings und im Test rauskam, war, dass er nur einen MPP-Tracker hat, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Handelsüblich ist normalerweise pro Anschluss ein Tracker. Das kann natürlich auf die Leistung, je nachdem wie es am Ende des Tages irgendwie verschattet ist oder wie es auch nicht verschattet ist, natürlich zu Leistungseinbußen führen. Bei uns im Test allerdings hat er tatsächlich mit diesen 350 Watt Gesamtleistung, die mitgeliefert sind, tatsächlich 295 Watt auch tatsächlich geliefert. Fanden wir erstmal ganz okay. Allerdings waren das natürlich auch Optimalbedingungen und nicht irgendwie jetzt groß im Tagesverlauf. Den haben wir aber dann auch nochmal simuliert. Auch da waren die Werte aber okay. Am Ende des Tages kam er allerdings nur auf einen Wirkungsgrad von 90,4% und das ist schon eher an der unteren Kante. Also wir haben welche, die so eher in den 95er Bereich gehen. Ja, da ist es doch etwas erstaunlich, dass der so gering abschneidet. Aber erstaunlicherweise hat dieser Wechselrichter auch eine sehr, sehr große Ähnlichkeit mit einem anderen Wechselrichter, den wir schon im vorherigen Test hatten. Ich habe den hier mal mitgebracht. Und zwar ist das der von Anker. Also so sieht der hier von Anker aus. Und so sieht der hier von NEP aus. Also die sind eigentlich quasi äußerlich komplett baugleich. Und wir vermuten innerlich auch, ohne die jetzt destruktiv irgendwie aufgeschraubt zu haben. Aber selbst die Versionsnummer der Firmware ist sehr, sehr gleich. Das Datum ist gleich, die Anschlüsse sind gleich, alles ist gleich. Sie unterscheiden sich allerdings um 8 Gramm Gewicht. Und wo das jetzt herkam, konnten wir uns auch nicht ganz genau erklären. Und tatsächlich, der damals von Anker hat nochmal drei Prozent mehr oder ungefähr drei Prozent mehr im Wirkungsgrad. Das hat uns etwas verwundert. Wenn man hier Module mit etwas mehr Leistung ranschraubt, so um die 840 Watt, dann merkt man auch ganz schnell, dass der Wechselrichter auch um die 600 Watt im Peak rausgibt. Und das bedeutet, der Wechselrichter an sich ist natürlich nicht das Hauptproblem, sondern das Konzept dahinter ist eigentlich eher das Problem. Also sprich 350 Watt Solarmodule und dann irgendwie ein 600 Watt Wechselrichter. Aber ja, es macht halt irgendwie nicht so richtig Sinn. Im Test war dieser Wechselrichter jetzt nicht auf die bald gesetzlich wahrscheinlich erlaubten 800 Watt Upgrade fähig. Muss er jetzt ja auch noch nicht, ist ja auch noch nicht durch das Gesetz. Aber wir hätten uns natürlich schon gewünscht, dass man das jetzt hätte wenigstens sehen können in irgendeiner Form. Ja, Statistiken und Auswertungen. Wir haben probiert, dieses Gerät ins Netz zu kriegen und es war tatsächlich kein Spaß. Also wer da wirklich starke Nerven hat, der kriegt das auch hin. Wir haben es am Ende natürlich auch geschafft. Aber es ist sehr viel Wartezeit. Es ist etwas umständlich. Also da ist wirklich noch Nachbesserungsbedarf. Und die Daten, die man dort rausholt am Ende des Tages, waren auch eher spärlich. Die Echtzeitdaten und so. Ja, da geht noch eine Schippe mehr, würde ich sagen. Ja, empfohlen ist der Wechselrichter bis zu 65 Grad plus. Und das haben wir natürlich auch ausprobiert. In unserer Klimakammer oder unserem Klimaschrank haben wir ihn tatsächlich bis auf 60 Grad aufgeheizt. Und geguckt, wie dort die Leistungseinbußen sind und mit Bravour tatsächlich bestanden. Also am Ende des Tages war dies keine Problematik. Wobei 60 Grad auch schon wirklich sehr heiß sind. Da muss man den schon eigentlich absichtlich in die Sonne legen. Und erzeugt natürlich auch noch Eigenwärme. Aber er hat natürlich auch gute Kühlkörper. Im Paket enthalten sind auch solche Haken, um nachher diese Solarmodule an das Balkongeländer zu befestigen. Ja, ich persönlich bin davon nicht ganz überzeugt. Weil es ist erstmal so Blech. Man sieht das hier auch. Man kann das relativ einfach biegen. Und man kriegt hier auch nicht jedes Geländer durch. Also es ist natürlich auch eher eine kleinere Anlage. Also 10 Kilo pro Solarmodul sind ja auch nicht so viel. Da muss man nicht ganz so viel halten. Aber ich glaube, ich möchte ganz stark bezweifeln, dass das tatsächlich für jedes Geländer so richtig funktioniert. Und dann fängt man nämlich ganz schnell an, wenn es nicht so richtig passt, hier hin und her zu biegen. Und ob das dann so gut ist und nicht hier vielleicht so Sollbruchstellen entstehen, dazu kann ich aktuell wenig sagen. Aber ich glaube tatsächlich für die 10 Kilo sollte das einigermaßen hinhauen. Qualitativ hätte ich mir hier ein bisschen mehr versprochen und vielleicht auch eine Polsterung oder so, dass nicht das ganze Geländer gleich verkratzt. Also ich glaube, das wäre schon noch ganz schön gewesen. Ja, was ist unser Fazit zum Komplettpaket von Aldi? Also ganz ehrlich, das Konzept ist mir nicht ganz schlüssig, warum man nur so wenig Leistung mit den Modulen irgendwie mitliefert und einen Wechselrichter, der da irgendwie deutlich mehr kann. Nichtsdestotrotz, sie sind gut anzubringen, es ist relativ klein anzubringen an jedem kleinen Balkon, das kann man schon machen. Der Preis ist aber mit 469 Euro doch ziemlich üppig. Da gibt es deutlich günstigere Geräte oder günstigere Pakete, die man in irgendeiner Form installieren kann. Das verlinken wir euch nochmal unten, da könnt ihr gerne auch nochmal reingucken, ob das vielleicht eher was für euch ist, weil wie gesagt 469 Euro für 350 Watt Peak, das ist irgendwie ein bisschen viel. Und die Halterung reißt es am Ende qualitativ auch nicht raus oder rechtfertigt irgendwie diesen hohen Preis halt auch nicht. Und die Halterung reißt es am Ende qualitativ.